Herr Lüdecke, ich grüße Sie. Ja? Schon in Zivil hier, das heißt, DM schon beendet für dich. Erzähl mal, für alle, die es nicht mitverfolgt haben. Was wir mitverfolgt haben? Ja, wir waren an Acht gesetzt. Dementsprechend haben wir uns einiges vorgenommen. Das hat leider nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und da haben wir zwei schnelle Spiele gemacht, gestern und heute. Und jetzt bin ich in Zivil. Okay, das letzte Spiel war dann gegen? Äh, Bergmann-Rode. In zwei Sätzen verloren, irgendwie? In drei Sätzen, aber gefühlt in zwei. Und wie sieht dann das Saison-Fazit aus, so generell? Ja, ich würde sagen, eigentlich können wir ganz zufrieden sein. Auf den Supercups, ich glaube, wir haben vier gespielt, dreimal waren wir im Halbfinale. Ein Zweiten, ein Drittenplatz, das ist schon ganz okay. Jetzt ist ein Tümdorf natürlich jetzt nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Trübt das Ganze so ein bisschen, aber man sollte jetzt nicht irgendwie an einem schlechten Turnier das Ganze überbewerten. Also, wir sind sicherlich nicht zufrieden mit dem letzten Turnier, aber ansonsten war die Saison schon ganz okay. Und jetzt, das waren irgendwelche Gerüchte von Rücktritten. Gibt es da schon was Neues? Oder vertragst du das? Da musst du mich morgen nochmal fragen. Mach ich. Ich glaube, morgen weiß ich mehr. Okay, dann machen wir das. Vielen Dank. Bis dann.